So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute einen Artikel rausgesucht von mein MMO. Habt ihr ja vielleicht irgendwo schon mal gesehen oder nicht, könnte ich auch theoretisch verlinken unten drunter, aber ich glaube es reicht, wenn ich einfach sage, dass der von mein MMO ist. Ist ja Werbung genug. Die haben auf jeden Fall einen Artikel veröffentlicht mit die 15 seltensten Shinies in Pokémon GO. Habt ihr sie? Oder habt ihr sie nicht mehr alle? Das ist natürlich die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen. Wir wollen mal gucken, welche 15 Shinies sind das? Hab ich die? Und ihr vergleicht mal, habt ihr die? Und dann sehen wir, wer sie alle hat, wer sie nicht alle hat, wem was fehlt und was wirklich das seltenste ist und ob das auch so fit geht. Deswegen habe ich das hier in diesem Format aufgezogen. Da kann ich nämlich schön hier mit dem Spielebildschirm vergleichen. Ich ordne das gleich mal hier nummeriert so nach Pokédex. Und wir gucken mal die Liste durch, was da dabei steht, was alles ist. So, das lassen wir alles mal weg. Das ist uninteressant. Das geht direkt zu den Plätzen hier. Platz 15, Platz 15, Pionscora. Auf diesem Platz landet Pionscora. Das Shiny kam durch ein Rocket Event im März ins Spiel. Doch selbst dort tauchte das Pokémon als neues Shiny nur ziemlich selten auf. Also selbst bei der Einführung hatte man nur schlechte Chancen auf ein Shiny. Mit dem Ende des Events wurde Pionscora dann nochmal deutlich seltener. Von den Shinies, die man aktuell auf dem ganz normalen Weg fangen kann, dürfte Pionscora also eines der seltensten Shinies sein. Wir gucken jetzt mal nach Pionscora. So. Wir haben auf jeden Fall hier zwei Stück. Daddy ist ein kleines, sieht man. Daddy ist ein großes. Ich habe die Weiterentwicklung noch nicht und weil die so selten sind, wollen wir jetzt gleich mal den Pokédex-Eintrag von der Entwicklung noch mitnehmen. Ich weiß nämlich nicht, wann ich das sonst entwickeln soll, deswegen passt das eigentlich dazu, dass wir das gleich hier machen. Habt ihr Pionscora gefangen oder nicht? Schreibt es mal in die Kommentare und vor allem, wie findet ihr das Shiny? Ich finde Pion Draghi sieht jetzt nicht so krass aus. Ihr seht ja auch hier die Unterschiede nochmal von dem normalen, von dem anderen. Aber Pionscora finde ich richtig genial. Dieser rote Skorpion, der hat auf jeden Fall was. Der hat eine Existenzberechtigung. Also Pionscora haben wir schon mal. Pion Draghi ist jetzt auch am Start. Dann geht es weiter mit Burmi. Bei Burmi ist es vor allem schwierig, alle drei Formen zu besitzen. Jedes der Formen gibt es als Shiny. Außerhalb von Events ist Burmi ziemlich selten. Dazu kommt noch, dass man die Sandform von Burmi in Deutschland wohl nur in Events antrifft. Wer dort kein Glück hat, muss bis zum nächsten Event warten. Wer also alle drei Formen von Burmi hat, muss in Events viel gespielt oder verdammt viel Glück gehabt haben. Oder sie sich einfach alle getauscht haben. Wir gucken jetzt einfach mal kurz nach Burmi. Geben aber auch mal ein Plus vorne ein. Plus Burmi. So. Burmi haben wir hier. Das grüne Burmi. Ihr seht, das ist Shiny, aber man erkennt eigentlich kaum einen Unterschied. Der einzigste Unterschied ist, glaube ich, einfach, dass hier dieser Zipfel, der oben dran ist, ist halt eher grau. Und hier ist er eher schwarz. Obwohl das so ein richtig kräftiges Schwarz ist das halt auch nicht. Aber ansonsten dürfte die Farbe genau gleich sein. Wir haben also das grüne Burmi. Wir haben das Sand Burmi als Shiny. Da ist es auch wieder so, hier ist schwarz dran. Hier ist grau dran. Das ist aber auf jeden Fall auch das Shiny. Und wir haben hier das Trash Burmi. Als Shiny. Hier normal, ne? Hier als Shiny. Wunderbar. Wir haben aber auch die Weiterentwicklung. Die Weiterentwicklung vom grünen. Seht ihr hier? Normal. Ach, Shiny. Das ist so spektakulär. Dann habt ihr hier das Sand Burmi. Also Burmadame ist das ja dann. Als Normal und als Shiny. Mein Gott, ich dreh durch. Und ihr habt auf jeden Fall noch das Trash Burmi. Also Burmadame. Als Entwicklung Shiny. Und als Normal. Als Normal Shiny. Mit Spaß auf jeden Fall nicht. Und ihr habt hier noch Moterpel. Moterpel sieht aber cool aus. Weil das ist das Normale. Er ist so rötlich gehalten auch. Gelb-Rot. Und dann habt ihr hier so blau-gelb dabei. Das ist auf jeden Fall cool. Das Shiny davon. Also Pionsgora ist am Start. Burmi ist am Start. Pionsgora. Würde ich sagen. Haben vielleicht auch. Ein paar Leute. Bei Burmi ist halt wirklich. Da die ganze Familie voll zu machen. Also ohne großartige Connections. Das stand ja auch überall die Namen noch dran. Hätte ich die bestimmt nicht alle zusammengekriegt. Das ist wirklich ein Krampf. Wir gucken aber mal weiter. Teddy Ursa. Dieses Shiny steht selbstvertretend für alle drei Shinies. Teddy Ursa, Lambi und Voldobal. Die in den vergangenen Safari-Zonen eingeführt worden sind. Wer ein Ticket zu diesen Events hatte. Der dürfte die Shinies wohl haben. Doch wohl die wenigsten Trainer ohne Tickets. Dürften diese Shinies besitzen. Niantic hatte nämlich kein weltweites Event. Rund um diese Shinies veranstaltet. Wie sonst üblich. Die drei Pokémon sind zudem in der Wildnis ziemlich selten. Vor allem Teddy Ursa. Ist aber glaube ich auch Nest-Pokémon. Ich will mir nicht zu viel hier rausnehmen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wow, danke. Wow, sagt der Max Eder auf jeden Fall. Da bin ich aber mal gespannt. Denn bei Teddy Ursa, als da die Safari-Zone war, hatte ich ja meinen Account nicht. Wir geben aber mal ein hier. Plus. Ted. Ah. Und ihr seht, wir haben zwei grüne Teddy Ursa. Daddy ist das Kleine wieder. Daddy ist voll süß. Daddy ist das Große. Daddy ist das Braune. Das heißt, das Größere von den beiden werden wir jetzt auch entwickeln. Aber ich glaube, da ist es auch so. Teddy Ursa sieht einfach richtig süß und toll aus. Als Shiny. Und Ursaring sieht dann einfach wieder richtig kacke aus. Sag ich doch. Richtig kacke. Obwohl. Ja gut. Ein bisschen was hat das Grüne. Jetzt sieht er halt auch aus wie ein Baum. Aber Bäume sind ja nicht grün. Eigentlich sind nur die Blätter von den Bäumen grün. Ursa-Ring auf jeden Fall auch da. Teddy Ursa. Ursa-Ring. Shiny. Alles dabei. Weiter geht's mit Bodo-Gel. Was ja eigentlich nur zu Weihnachten kam. Aber es ja schon zweimal jetzt da war. Also man es schon zweimal als Shiny fangen konnte. Diese Shiny ist rund um die Weihnachtszeit zu bekommen. Vor zwei Jahren wurde Shiny Bodo-Gel an Weihnachten eingeführt. Und seitdem kehrt es nun zu Weihnachten 2019 zurück. Ihr könnt es dann nur jeweils gleich für einige Wochen fangen. Doch danach verschwindet es wieder. Und dann ist das ganze Jahr aber weg. Wir gucken mal nach Bodo-Gel. Da brauchen wir keinen Plus. Wir lassen es trotzdem mal stehen. Plus-Boot. So. Bodo-Gel haben wir hier zwei. Hat mir auch Pupsi damals eins geschenkt. Zu Weihnachten. 29.12. 24.12. Das vom 24. dürfte das von Pupsi sein. Supersanik getauscht. Genau am 24.12. Das war mein Weihnachtsgeschenk. Das ist doch schön, oder? Das nimmt man gerne mit. Habt ihr auch ein Shiny Bodo-Gel? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten muss man natürlich darauf hoffen, dass das immer an Weihnachten noch rausgehauen wird. Dann haben wir Damir Blacks. Dieses Shiny wurde Weihnachten 2019 eingeführt und konnte dort noch Glocken um den Hals tragen. Nach der Weihnachtszeit verschwanden die Glocken. Aber auch Damir Blacks tauchte in keinem Event mehr vermehrt auf. Einzige Nestern. Wir gucken mal nach Damir Blacks. Was hier zusammen mit Bodo-Gel dann im Weihnachtsevent nochmal kam. Jetzt haben wir hier einmal Damir Blacks mit Glocken. Am 23.12.2019. Echt mega. Ich feier Taurus. Eeeh. Ja, Max. Alles wird gut. Am 23.12.2019 Damir Blacks mit Glocken. Und hier steht kein Datum dran. Dann müsste das auf jeden Fall von 2020 schon sein. Weil ja nur wenn es vom Vorjahr ist immer was dran steht. Ist auf jeden Fall dann ohne Glocken ein Damir Blacks mit 1730. Finde ich auch cool, wenn man da beide Versionen hat. Mit Glocken, ohne Glocken und überhaupt. Auch wieder grün. Also ihr seht, Shinies sind entweder immer grün oder pink oder so. Also beste Auswahl. Na, Yendik kennt nur zwei Farben. Dann haben wir Meltan. Meltan, okay, ist eigentlich auch selten. Stimmt, weil... Erstmal überhaupt. Manche haben noch nicht mal Meltan direkt. Aber dann ein Shiny Meltan. Ihr bekommt das ja nur wirklich... Wir lesen einfach, was die geschrieben haben. Die schreiben bestimmt dasselbe, was ich auch sagen will. Die Chance auf Shiny Meltan gab es genau zweimal. Die normale Form dieses Pokémon bekommt man nur aus der Wunderbox. Die man bei einem Tausch mit einem der Pokémon Let's Go Spiele erhält. Nur zweimal gab es dann für wenige Wochen auch die schillernde Form von Meltan aus dieser Box. Seit über einem Jahr ist Shiny Meltan allerdings komplett verschwunden und nicht mehr erhältlich. Ach ja, na gut. Wir gucken mal. Meltan. So. Daddy ist Meltan. Ne? Normal. Wie es leibt und lebt. Hier habt ihr das Shiny Meltan. Da ist die Mutter. Also der Kopf. Halt ein bisschen kräftiger. So... Eher so gelb hier. Eher so orange. Ne? Und dann... Haben wir natürlich... Neben einem 100%igen... Melmetal, was gemaxed ist mit 3,599? Uuuuuhh. Sarring. Haben wir auch ein Shiny Meltan. Melmetal. Würde BisaFanTV jetzt sagen. Und dann haben wir noch ein Lucky Shiny. Melmetal. Mit 98%. Gut. Kann man auch so stehen lassen. Steht da noch was dabei? Ja. Ist aber uninteressant. So. Weiter geht's mit Ninkada. Ninkada ist schon an sich verdammt selten. Und außerhalb von Events taucht es gar nicht auf. Shiny Ninkada wurde dann zum kostenpflichtigen Eventmodulare Untersuchung eingeführt. Wer 8,99 bezahlt hat, hätte sich theoretisch bei McDonalds ein Menü leisten können. Oder der konnte besondere Feldforschungen lösen, wo mit viel Glück Schein in Ninkada drin war. Wer kein Ticket hatte, konnte Ninkada zwar in der Wildnis fangen, doch schon da war es selten. Aktuell ist es gar nicht zu erhalten und damit wohl noch seltener. So. So. Wir haben hier auf jeden Fall ein Ninkada. Hier habt ihr ein normales Ninkada und hier habt ihr einen Shinny Ninkada, was dann also so gelblich ist. Die grünen Lauchblätter an den Ohren bleiben auf jeden Fall da. Und bei Ninjask ist es natürlich so. Das ist das Normale. Die dicke Hummel. Der dicke Bruder von Biber. Rote Augen. Rote Augen. Hier hat es graue Arme. Hier hat es goldene, gelb-goldene Arme und der Rest ist auch eher so goldig-gelb. Na gut, da ist es oben auch schon fast so. Die Flügel sind auch noch ein bisschen anders, also egal. Ninkada, Ninjask, auch beides so. Ninjatom kann man ja leider nicht daraus entwickeln, weil jedes Ninkada wird so Ninjask. Ninjatom, ja eher eigenständiges Pokémon, gibt es auch noch nicht in Shiny. Ist aber auf jeden Fall auch da. So, Platz 8, Makabaya. Und da wird es makaber, weil das gab es bisher ja wirklich nur einmal zu Halloween. Und das wurde 2019 eingeführt, direkt als Shiny eingeführt. War nur genau die zwei Wochen da und seitdem gar nicht. Das ist ebenfalls ein Pokémon, was es nur zu einem speziellen Event gibt. Halloween, 2019 eingeführt, war genau zwei Wochen verfügbar. Schon im Event war die Spawnrate von Makabaya schwach. Und für einen Shiny musste man einiges tun. Finde ich jetzt eigentlich nicht. Weil, meiner Meinung nach, saß Makabaya einfach überall. Wie am C-Day. Aber es hatte eine normale Shiny-Rate, also von 1 zu 450. Trotzdem fand ich, dass die Spawnrate erhöht war. Nach dem Event ist Makabaya jetzt komplett verschwunden. Es soll nur an Halloween verfügbar sein. Wir müssen dann also noch bis Oktober und so weiter. Schau. Gucken wir mal hier. Mak. Makuhita, Makabaya. Makabaya hatte auch ein sehr guter Unterschied. Meiner Meinung nach immer noch extrem hässlich. Aber hier hat es halt so eine goldene Maske. Und als Shiny hat es dann auf jeden Fall eine silberne Maske. Dann habt ihr auch die Entwicklungen. Echt? Na toll. Also so ein Sarg. Also Kindersarg sagt man ja auch immer, wenn jemand große Schuhe anhat. Also so wie bei mir. Damit werde ich immer aufgezogen. Versucht aber Schuhe in der Größe 46 zu finden. Das sind doch Kindersärge. Genau. Das ist also das Normale. Mit. Nichts. Mit was? Mit was soll es denn sein? Das ist auf jeden Fall das Shiny. Das sieht eigentlich auch cool aus. Weil das ganze Goldene ist plötzlich Silber. Und auch diese blauen Umrandungen oben sind dann so pink. 17,99 sieht eigentlich auch cool aus als Wert. Auf jeden Fall besser als 1949. Ist also auch cool. Ist auch da. Ist auch dabei. Wunderbar. Dann geht es weiter mit Pandir. Dieses Pokémon ist zwar dauerhaft verfügbar. Doch man bekommt es nur aus der Quest. Lande fünf großartige Curveball-Würfe hintereinander. Was so ein Krampf sein kann. Außer man macht es bei Raid-Bossen. Diese Feldforschung ist ziemlich selten. Und man kann sich glücklich schätzen. Wenn man sie pro Woche zwei bis dreimal findet. Dazu kommt, dass die Quest recht knifflig ist. Und am Ende auch ein normales Pandir drin sein kann. Man muss die Quest also schon öfter machen. Um ein Shiny zu erhalten. So. Pandir? Äh. Äh. Hä? Und bei Pandir finde ich es erst recht richtig komisch. Weil Pandir gibt es ja in so vielen verschiedenen Formen, Farben, Mustern wie auch immer. Also Farben nicht. Nur halt normal und Shiny. Aber wenn die schon so verschiedene Muster haben. Wieso haben die dann nicht gemacht, dass das Shiny von derselben Nummer wenigstens genau dasselbe Muster hat. Nur halt in einer anderen Farbe. Aber ohne Spaß. Aber ohne Spaß. Nicht nur die Nummern sind unterschiedlich gemustert. Sondern das Shiny der gleichen Nummer hat auch noch ein anderes Muster als das Nicht-Shiny. Das ist das Problem. Ihr seht hier Pandir Nummer 1. Hat zwei rote Wangen und ein bisschen was an die Ohren. Das Shiny davon hat auch was an die Wangen und auch was an die Ohren. Aber der hat links einen großen Punkt, der ins Auge geht. Und rechts, der rutscht schon runter auf die Wange. Während hier links, der weiter unten ist. Rechts, der weiter oben. Aber beide in die Augen gehen. Es ist also eigentlich ein Unterschied zu sehen. Man könnte schon denken, das sind zwei unterschiedliche Nummern. Sind aber beides Pandir, Pandire Nummer 1. Dann habt ihr Nummer 2. Nummer 3. Da ist es auch. Da sieht man es auch. Pandir Nummer 3. Hat zwei Ohren. Okay. Und zwei Punkte, die Mund und Auge miteinander verbinden. Beim Shiny verbinden die sich auch. Aber das geht schon hoch zur Stirn. Das Auge ist nicht ganz bedeckt. Während hier das Auge voll drin ist. Das ist aber nur kleine Unterschiede. So. Dann habt ihr Pandir Nummer 4. Pandirmehl Nummer 5. Nummer 6. Das ist, glaube ich, der krasseste Unterschied. Pandir Nummer 6. Ihr seht ja. Es hat einfach zwei komplett rote Augen. Und das Shiny davon hat einfach einen Punkt am Mund. Und auf dem Kopf. Wer würde denn erkennen, dass die zwei dieselbe Nummer sind und zusammengehören? Ist aber so. Das ist auf jeden Fall das Shiny von dem. Denn hier geht es weiter mit der 7. Da haben wir... Da ist ein Fleck im Gesicht. Also zwei im Gesicht, die zusammengehen. Das sieht schon fast ähnlich aus. Aber guckt euch die Ohren an. Links auf dem Ohr ist ein roter Punkt. Und rechts im Übergang zwischen Kopf und Ohr. Und da sind beide Punkte auf den Ohren groß. So halb nach innen gewölbt. Bei dem linken. Dann habt ihr noch Pandir Nummer 8. Hä? 7? Dann müsste das 8 sein. Ne. Dann ist das immer noch die 7. Das ist... Ja genau. 7? 7. Das ist immer noch 7. Da habe ich nur 2 davon. Alles gut. Das ist Pandir Nummer 8. Da auch das Shiny davon. Eins am Kinn. Eins an der Stirn. Naja. Am Kinn nix mehr. Stirn nix mehr. Von der Stirn ein Stück runtergerutscht. Am Kinn ein Stück hoch. An den Mund. Pandir Nummer 9. Das ist übrigens das Valentinspandir. Was auch selten war. Weil das ja auch nur am 14.2. Valentinstag. Entweder nur im Event war. Oder nur an dem Tag. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Habt ihr auch schon ein Shiny Pandir? Oder habt ihr alle Shiny Pandir Formen? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann haben wir hier Platz 6. Alola Knogga. Das gibt es schon eine Weile. Man bekommt es nur aus dem Raid. In den Raids ist es selten. Hat eine schlechte Rate. Ist ja kein legendäres. Besonders schwer ist es. Weil man mindestens 2 Trainer braucht. Ich habe das immer mit 4, 5 Handys gemacht. Ich habe sonst keine Chance. Weil das so ein mieser Kribbel ist. Ihr müsst also erstmal einen Mitspieler finden. Um es zu besiegen. Dazu kommt noch. Dass Alola Knogga nicht immer im Raid Pool enthalten ist. Es gibt also auch Zeiträume. Wo ihr es gar nicht erhalten könnt. Ja. Plus. Alola. Knogga. So. Mhm. 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 Hier haben wir das normale Alola Knogga. Ne. Sieht man. Ist einfach ein Ball. 1300. Das ist also das normale. Und hier das Shiny. Glitzert ein bisschen. Und hat irgendwie einen richtig schwarzen Bauch. Wo der Bauch hier grau ist. Mit Streifen. Ist er hier einfach nur ein schwarzer Fleck. Und er hat hier so einen lilanen Gummianzug an. Während er hier einfach nackt ist. Sagen wir es mal so. Ist auf jeden Fall auch am Start. Alola Knogga. Auch aus den Raids runtergekrüppelt und getauscht. Dann haben wir Platz 5. Pantimimi. Dieses Pokémon verbindet gleich zwei Extreme. Ihr dürfte. Ach. Es dürfte wohl das seltenste regionale Shiny. Und das seltenste schillernde Baby im Spiel sein. Nur Trainer aus Europa haben die Chance auf Shiny Pantimimi. Dazu kommt noch. Dass es nur aus 5 Kilometer Eiern schlüpft. Die ohnehin einen großen Pool an Pokémon haben. So. Gucken wir mal nach. Pant. Pandimus. Pantimimi. Hier also auch wieder der Unterschied. Pantimimi. Ja. Mit dem Kackhaufen auf dem Kopf. Und einer blauen Mütze. Und dann hat es plötzlich eine grüne Mütze. Irgendwie sieht die. Die Nase ist auch kräftiger auf einmal. Da ist er leicht zart rosa. Und hier ist er richtig. Ist auf jeden Fall kräftiger. Ist aber auf jeden Fall auch da. Also alles richtig gemacht. Platz 4. Praktibalk. Das verstehe ich nicht. Wieso das jetzt in dem Sinne selten ist. Weil. Na gut. Dieses Shiny steht stellvertretend für alle Shinies. Die man nur aus einer. Raids oder 10 Kilometer Eiern bekommen kann. Dazu gehören dann noch Klick und Shinux. Was aktuell zudem im Forschungsdurchbruch erhalten ist. Praktibalk ist das Shiny was am frischesten veröffentlicht wurde. Und ist nur in 10 Kilometer Eiern und Raids verfügbar. Um richtig gute Chancen auf das Shiny zu haben. Muss man also einige Raids machen. Was ziemlich auf die Raid Pässe geht. Zudem ist Praktibalk nicht immer in den Raids enthalten. War ja aber bei Shinux auch so. Oder bei Klick. Trotzdem. Mag ich das eigentlich. Wenn die auch in einer Raid sind. Weil einer Raid schafft ihr immer. Egal ob jemand Zeit hat oder nicht. Und wenn ihr einen zweiten Account habt. Oder einen dritten Account. Oder vierten Account. Und es ist eh ein Raid Boss da. Wie Viridium oder Kobalium. Was gerade nicht Shiny ist. Dann. Wozu sollt ihr euch 20.000 Kobaliums holen? Dann nehmt lieber die kleinen Accounts. Die zweiten Accounts. Alles mögliche. Und ballert halt alles auf die Praktibalk Raids. Ich habe in einer Woche glaube ich. Drei Shiny Praktibalk bekommen. Einfach nur weil ich mit den zweiten Accounts Praktibalk Raids gemacht habe. Ist ja auch ein cooles Pokémon. Ist ein nützliches Pokémon. Ist ein starkes Pokémon. Man braucht eh Bonbons. Ganz viele. Muss ich aber trotzdem mal gucken hier. Peraktsch. So. Praktibalk. Da seht ihr nämlich. Hier das Normale. Mit seiner Schmalzlocke. Und seinem Knüppel. Hier das Shiny. Hm. Da hat es eine schwarze Nase. Da hat es eine rote Nase. Rudolf. Ist ein bisschen heller. Kräftiger. Leuchtet auf einmal. Keine Ahnung. Was da los ist. Streboli haben wir jetzt gar keins. Zum Vergleich. Hier also nur das Shiny Streboli. Jetzt hat es plötzlich keine Schmalzlocke mehr. Sondern einen Blumenkohl auf dem Kopf. Boah. Schau wieder auf dem Bau. Lassen wir Bier trinken. Zack. Und. Dann haben wir natürlich noch Meister Griff. Griff. Was plötzlich. Ja. Keine Ahnung was auf dem Kopf hat. Und die Nase auch. Und. So. Das ist auf jeden Fall normal. Und das ist auf jeden Fall dann shiny. Da stand er wohl zu lange in der Sonne. Aber das ist ja normal auf dem Bau. Die haben ja meistens nichts an. Und arbeiten immer halbnackt. Und dann wundern sie sich. Wenn sie aussehen wie Graf Koks. Finde ich aber. Platz 4. Finde ich. Sind andere eigentlich seltener. Oder schwerer zu bekommen. Deswegen Platz 4. Kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Platz 3. Haben wir dann Kaumalad. Das seltenste Shiny. Was man dauerhaft in Pokémon Go erhalten kann. Kaumalad ist ohnehin schon eines der seltensten Pokémon im Spiel. Und die Chance auf ein Shiny ist nochmal um ein vielfaches kleiner. Man bekommt es zwar auch aus Eiern. Doch auch da ist Kaumalad verdammt selten. Vor allem außerhalb von Events braucht man ziemlich viel Glück für ein Exemplar. Ich denke aber trotzdem. Dass die Shiny-Rate von Kaumalad erhöht ist. Kaumalad. So. Jetzt was haben wir hier. Warum ist das Lucky? Wer macht denn sowas? Hier haben wir auf jeden Fall. Ein Shiny. Kaumalad. Mit als Glücks-Pokémon. Hier nochmal. Normal. Glücks. Äh. Rode. Rode Schnauze. Gelbe Schnauze. Grau. Blau. Hässlich blau. Und dann plötzlich hier. Boah. Voll das schöne Blau. Das Meeresblau. Da ist auf jeden Fall noch was. Hier ist ein Knacksel. Und ein Shiny-Knacksel. Finde ich von den Farben her eigentlich auch nicht so toll. Also naja keine Ahnung. Aber das Schlimmste ist bei Knackrag, weil Knackrag der Boss mit seiner Anstecknadel und dann plötzlich als Shiny so. Es hat seinen Glanz einfach verloren. Es war noch richtig heftig. Und dann ist es alt und grau. Dann ist es halt abgestanden. Wie eine Dose Surströming. So sieht er jetzt aus. Keine Ahnung. Dann Platz 2. Pikachu mit Hut. Ich weiß. Ich bin echt nervig. Ja schon das dritte Mal in dem Video. Dass er schreibt. Mann Mann Mann. Wir geben mal Pikachu ein. Pikachu mit Hut. Deswegen. Wer alle Hut-Pikachu fangen möchte, braucht verdammt viel Glück. Die meisten Hut-Pikachu gibt es immer nur für eine Woche. Also über die Dauer eines normalen Events. Es gibt allerdings auch Hut-Pikachu, die noch seltener sind. Dazu zählt beispielsweise das Pikachu mit Sommerhut. Das gab es nur für einen Tag bei einem Pikachu-Event. Es gibt aber auch ein besonderes Hut-Pikachu, was es nur bei den letzten Safari-Zonen gab. Wer dort nicht dabei war, dürfte dieses besondere Shiny-Pikachu nicht besitzen. Und eigentlich gibt es ja auch noch eins, was eigentlich sowieso keiner besitzen kann, weil es als Bug ins Spiel integriert wurde. Das müsste das Meister-Detektiv Pikachu sein aus der Fotobomb damals. Und das war bei manchen einfach Shiny. Und dann haben sie gesagt, eigentlich wollten sie das gar nicht Shiny machen. Jetzt haben das aber, glaube ich, einige als Shiny. Wenn ich mich nicht irre. Ihr habt ja also normales Pikachu, ne? Shiny-Pikachu. Wisst ihr ja, ist schön knusprig. Dann dieses Shiny-Weihnachtshut-Pikachu. Ah, das ist Mist. Da braucht man nochmal Neues. Das ist auch normal. Das ist normal. Hier. Das Partyhut-Pikachu als Shiny. Dann Ash. Das Ash-Cap-Pikachu als Shiny. Das Hexenhut-Pikachu als Shiny. Das Sommerhut. Heißt das Sommerhut? Ja. Das Sommerhut-Pikachu als Shiny. Das SS-Cap-Pikachu als Shiny. Ich finde, das ist eigentlich noch seltener als das. Denn dafür musste ich richtig tief in die Trickkiste greifen, dass ich das bekommen habe. Das gab es, glaube ich, einmal damals, als ich bei der Mac in Erfurt war. 2018, 2018, 2019, 2018, ich weiß es nicht wann genau. Da gab es das auf jeden Fall. Und meiner Meinung nach gab es das auch nur da in dem Zeitraum. Und nur einmal. Und auch als diese Pikachu-Events waren, wo jeden Tag ein anderes Pikachu mit Mütze rauskam, ist das nicht zurückgekommen. Viele wurden recycelt. Das aber eben nicht. Und deswegen hatte man nur einmal die Chance, auch das zu bekommen. Habe ich auch nur getauscht bekommen, glaube ich, vom Kaish 93. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Dann habt ihr aber trotzdem noch das Blumenkranz-Pikachu als Shiny. Gab es ja beim Go-Fest in der Go-Fest Dortmund. Genau, boah, das Video geht schon so lang, mein Gedankengang geht weg. Ihr habt hier das Wintermützen-Winterbeanie-Pikachu als Shiny. Das ist das Hässliche hier mit dem blöden Saf- Nein, das ist das Meisterdetektiv-Pikachu, genau. Das haben auf jeden Fall auch einige als Shiny. Das müsste das Seltenste sein, meiner Meinung nach. Dann das Safari-Hut. Ne, das Strohhut einfach nur. Einfach nur. Ne, das One-Piece-Hut-Pikachu. Dann habt ihr dieses neue Party-Hut-Pikachu als Shiny. Ihr habt dieses nicht Blumenkranz, sondern Blumenhut-Pikachu als Shiny. Wir haben das Safari-Hut-Pikachu. Boah, ist das mies. Da war noch eins, okay. Dann habt ihr hier das Glurak-Mützen-Pikachu. Ihr habt das Nachtara-Mützen-Pikachu. Ihr habt das Rai-Quasa-Mützen-Pikachu. Und ihr habt das Lucario-Mützen-Pikachu. Und das dürften jetzt, glaube ich, auch alle sein. Wir scrollen noch mal fix runter. Nein, das waren natürlich nicht alle. Denn wir haben hier noch das Mimichu oder wie sie alle mal sagen. Mimichu, Mimichu, ach, was weiß ich. Auf jeden Fall das mit dem Mimichu-Kostüm. Auch als Shiny. Pikabub, ne, wie man da sieht. Das dürften jetzt aber alle sein. Ein Klon-Pikachu gab es auch noch. Aber das gab es ja, glaube ich, nicht als Shiny. Deswegen lassen wir das weg. So, was ist das nächste in der Liste? Es gibt nämlich noch den Platz 1. Pichu mit Hut. Noch seltener als Pikachu mit Hut sind die Pichu mit Hut. Sie gab es in den kleinen Zeiträumen wie die Pikachu. Doch für dieses Shiny brauchte ihr noch Glück aus den Eiern. Hier kann man das Sommerhut Pichu als Beispiel nehmen. Das gab es ebenfalls nur für einen Tag. Und musste zudem noch als Shiny ausgebrütet werden. Seitdem gab es dieses Pichu nie wieder. Da geht man noch einmal Pichu ein. So. Da bin ich leider nicht so gut aufgestellt. Hier also ein normales Pichu als Shiny. Hier ein Weihnachtsmützenpichu als Shiny. Hier ein Partyhut Pichu als Shiny. Hier ein Ashcap Pichu als Shiny. Vor allem wie die Ohren abgeknickt sind einfach nur. Richtig heftig. Hier noch ein Blumenkranz Pichu als Shiny. und ein Winter-Pichu als Shiny. Erstmal strecken. So, wunderbar. Ähm, ich glaube das war's. Da ist ein Kind, da ist ein Kindwurm, ne, in der Nähe. Wo ist denn hier der dreckige Regieram an der Brücke und am Theater geht auch einer auf. So, da steht auch noch mal, wie sieht es bei euch aus, welche der Shinies habt ihr selbst in eurem Inventar? Schreibt es uns in die Kommentare in unserer Shiny-Liste zu Pokémon Go. Könnt ihr alle verfügbaren Shinies finden? Dort könnt ihr auch sehen, welche Shinies euch generell noch fehlen. Hm. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich glaube die Folge geht jetzt 10.000 Jahre. Aber, schreibt mal rein, findet ihr die Platzierungen berechtigt oder hättet ihr Praktibalk vielleicht doch weiter oben angesetzt und was anderes als seltener angesehen als Praktibalk. Das ist das einzige, was mich stört. Ihr merkt schon. Aber ansonsten, welche Shinies davon habt ihr, beziehungsweise welche fehlen euch noch? Ihr müsst ja nicht die ganze Familie haben. Es reicht ja, wenn ihr ein Pichu-Shiny habt oder wenn ihr ein, äh, also ein Pichu mit Hut habt oder ein Pikachu mit Hut, egal welches. Und ein Praktibalk oder ein Kaumalad. Schreibt mal rein, welche euch noch fehlen, welche ihr gern noch hättet, welche ihr cool findet oder sonst und überhaupt. Das war's, glaube ich, von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.